So Leute, hier sind wir wieder, diesmal ohne den Intro, und ja, wir machen hier mal weiter bei Two Tigers und erraten mal, welches Lied das ist. Ups, okay, das hört nicht. Ach, scheiße, jawohl. Erraten mal, welches Lied das ist. Schreibt es an mir in die Kommentare. Nein! So, dann machen wir mal bei Happy New Year weiter. Müsste oder daneben, egal. Dann machen wir mal bei Bayer Nummer 8. Ah, shit. So, dann machen wir nochmal alle Editionen durch. Oh, scheiße, ich hab mein Ding aufgemacht. Egal. Ein Stern. Dann we wish you a merry christmas. 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 Müsste. Fetter. Dann machen wir bei Silent Night. Musik Musik So, da haben wir es. Musik Und ja, in Level 9, bald auch Level 10, wie ihr merkt. Santa in D, Dirk K 312. Symphonie Nummer 40 in G. 28 G-Minior So, dann wir uns gleich beim Endscreen wieder. So, da sind wir wieder. Beim Endscreen. Oh mein Gott, tschüss Kinder. So. Boah, warte mal. Es ist ein bisschen kalt hier drin. Ich muss immer kurz das Fenster zu machen. So. So, jetzt ist es zu. Jetzt ist es noch kalt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschö, bitte. Und schreibt mir in die Kommentare und abonniert. So. 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 So.